Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der letzten der vier Classic Tins aus der Premier League Adrenalin XL 2021, 22 Kollektion von Panini. Und damit hallo zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mit der pinken Classic Tins die vierte von insgesamt vier Classic bzw. Mega Tins anschauen wollen. Zum Inhalt muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel sagen, acht Päckchen sind drin, eine exklusive Limited Edition Card, die es jeweils nur in der entsprechenden Box gibt. Aber definitiv das Beste an diesen Classic Tins ist die enthaltene Golden Baller Card, die auf jeden Fall garantiert ist. Wem davon also noch ziemlich viele fehlen, der kommt mit den Classic Tins ein ganzes Stückchen schneller ans Ziel. So, hier hinten seht ihr nochmal die Übersicht, welche Limited Edition Card in welcher Tint zu finden ist. Und wir sehen bei der pinken Classic bzw. Mega Tint ist Sergio Rigoyon enthalten. Den müssten wir dann also gleich aus der Tint ziehen. Und wir machen uns direkt mal dran, die aus dieser Kartonverpackung zu befreien. Dafür gibt es hier oben diese wunderbare Lasche, an der man das Ganze aufreißen kann. So, und dann seht ihr die pinke Classic Tint gemischt mit dem Purple der Premier League. Auf der Unterseite die Premier League Trophy, also die Tins im Grunde genommen alle gleich aufgebaut, nur dass sich jeweils Farbe und Motiv ändert. So, dann werfen wir mal den Blick ins Innere, werden wie üblich von der Online-Karte mit dem Code für die Premier League Adrenalin XL App begrüßt. Und der schnellste von euch kann sich jetzt die 650 Kronen sichern, die man für das Einlösen dieses Codes bekommt. Und geht leider pro Code nur einmal, von daher profitiert dann in dem Fall wirklich nur derjenige von euch, der am schnellsten ist. Das ist ein bisschen schade, da ich natürlich am liebsten diese 650 Kronen zermährend von euch zur Verfügung stellen würde. So, nachdem wir jetzt unsere Booster aus der Tin befreit haben, legen wir direkt mal los und schauen, was uns Panini da schönes in die Booster gepackt hat. Es geht wie fasziniert im Unboxing los mit einer Topkeeper Karte. Diesmal ist es Bernd Leno von Arsenal. Und darunter finden wir unsere erste Hero-Karte mit Kuya Tee für Crystal Palace. So, dann haben wir natürlich noch ein paar Base-Cards mit Kai Havertz für Chelsea. Jack Bartland von Crystal Palace. Auch in den Packs gibt es natürlich App-Codes. Und dann haben wir noch Edison Cavani von Manchester United. Und hier ist die Premier League Torfee nochmal in voller Pracht, die wir eben ja schon auf dem Boden der Classic Tin angedeutet gesehen haben. So, es geht weiter mit Booster Nummer 2. Darin finden wir eine der Diamond Cards mit Pedro Neto von Wolverhampton. Und darunter das Wappen von Aston Villa. Dann kommt der Code für die App. Und als Base-Cardin Grant Hanley für Norwich City, Masu Ako für West Ham, McGinn für Aston Villa und Tyreek Mitchell für Crystal Palace. Dann geht es weiter mit unserer ersten Lightning-Karte, auf der sich Adama Traorie von Wolverhampton befindet. Und auch die erste Game-Breaker-Karte mit John-Joe Shelby von Newcastle United. Dann haben wir den App-Code. Und als Base-Cardin Buendia von Aston Villa. Mondi von Chelsea. Das Line-Up von Brentford. Und Donny van de Beek von Manchester United. Weiter geht's mit unserer ersten Defensive-Karte, auf der sich Tyrone Minx von Aston Villa befindet. Und darunter haben wir die erste dieser schicken Fire-Karten, die es in dieser Saison zum ersten Mal gibt, mit Rafinha von Leeds United. So, Base-Cardin, Konzer von Aston Villa, David De Gea, Man United. App-Code für euch. Godos von Brentford. Und das Line-Up von West Ham. Dann haben wir wieder eine Top-Keeper-Karte. Diesmal Jordan Pickford für Everton. Und darunter finden wir das Wappen von Norwich City. Und als Base-Cardin haben wir dann noch Paul Dummett von Newcastle, Ismail Assar Watford, Roman Sais, Wolverhampton und Ethan Pinnock von Brentford. Da kommt unsere zweite Lightning-Karte mit Wilfried Saha von Crystal Palace. Dann die nächste Evo-Karte mit Michael Antonio von West Ham. Dann haben wir den App-Code für euch. Und als Base-Karte ein Pascal Strug. Die hat leider schon ziemlich gelitten. Dann Kevin De Bruyne für Manchester City. Callum Hudson-Odoi von Chelsea. Und Lukas Dinier für Everton. So, vorletzte der normalen Booster. Und dann finden wir auch noch eine Elite-Karte mit Luka Milivojevic von Crystal Palace. Und darunter unsere erste Eiskarte mit Kevin De Bruyne von Manchester City. So, Base-Card noch. Bernd Leno von Arsenal. Max Ahrens von Norwich City. Phil Foden für Manchester City. Und Nick Pope für Burnley. So, und dann sind wir beim letzten Booster angekommen. Finden nochmal eine Top-Keeper-Karte mit Kasper Schmeichel für Leicester City. Dann haben wir auch nochmal eine Hero-Karte mit Ilkay Gündogan von Manchester City. Dann haben wir den App-Code. Und als Base-Karten Bömeau von Brentford. Hakim Isirich, Chelsea. Den Donker von Wolverhampton. Und Jared Bowen für West Ham. So, fehlen noch unsere zwei ganz besonderen Karten. Wir beginnen mit der Limited Edition. Und finden, wie angekündigt, Sergio Riouillon von Tottenham. Und dann bleibt noch unser schicke Golden Baller Booster. Dann gucken wir mal, wen wir da drin finden. Mittelfeldspieler von Chelsea und die Quacks unter euch wissen natürlich direkt Bescheid. Dass es Mason Mount ist. So, und damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Serie zu den Classic-Bezw. Megatins zur aktuellen Premier League-Saison von Panini angekommen. Die letzte Megatin aus meiner persönlichen Sicht nicht ganz so stark. Nur eine Elite-Karte enthalten. Da hätte ich mir durchaus noch eine zweite gewünscht, um auch damit ein bisschen schneller ans Ziel zu kommen. Aber es heißt drum insgesamt, glaube ich, ein ordentliches Ergebnis, was man aus einer solchen Classic-Tin rausholen kann. Das richtig Lohnenswerte an den Classic-Tins ist ja ohnehin, dass man auf jeden Fall eine Golden Baller-Karte bekommt. Die haben wir mit Mason Mount gefunden. Und zum Abschluss dürft ihr mir natürlich gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Ergebnis, aber natürlich auch von den Classic-Tins zu dieser Premier League-Kollektion im Allgemeinen haltet. Ich freue mich da auf euer Feedback. Genauso natürlich, wenn ihr ein Like für dieses Video da lasst. Und wer hier noch nicht regelmäßig dabei ist, künftig aber keine Videos auf diesem Kanal verpassen möchte, sollte sich jetzt zum Schluss noch eins der kostenlosen Kanalabos schnappen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.